hallo meine kameraden und willkommen zu adventure communists ja ich spiele das auch wer hätte es gedacht ich weiß nicht ich habe so viel zeit ich nehme zu wenig auf wie ihr sehen könnt es ist ein weiteres klicker spiel man muss aber nicht jedes mal klicken man kann es auch halten was ich sehr begrüßen tue was nicht so schlecht ist und wir kaufen mehr worker um mehr farmland zu kriegen das ist auch cool das ist recht nett gemacht recht ich brauche mehr ohren dann brauche ich mehr kartoffeln um noch mehr kartoffeln bauer abbauen ich liebe kartoffeln habe ich das eigentlich jemals erzählt dass ich kartoffeln echt liebe ich meine ich esse kartoffeln in jedweder form und in jedweder menge das ist lustig na gut ja was soll man groß sagen es ist halt auch ein 08 15 klicker spiel ein klicker spiel wie jedes andere auch würde ich sagen medallien claim 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 wir brauchen mehr waffen wir müssen mehr waffen machen um diese achievement zu claimen oh daily drops Ach cool, wir können alles Industrie runnen. Hey, eine Daily Potato Capsule, was ist da wohl denn viermal Scientist? Okay, resource search, ich krieg 24 was, cool, 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 okay, dann runn wir weiter unsere Industrie und gucken mal, weint ob wir noch ein paar Farmer anstellen können? Ja, mehr Farmer. Okay, wir brauchen höhere. Okay. Da muss ich doch glatt niesen. Ja, offensichtlich nicht, blöde Nase. Was tun wir jetzt? Na gut, we run all industry, würde ich sagen. Oder ich würde einfach sagen, wir haben genug gesehen und wir sehen uns dann in einem der regulären Videos wieder. Und verzeiht mir diese Letztests. Nein, Spaß, verzeiht sie mir nicht. Schreibt mir eure Meinung drunter, was haltet ihr so von den Spielen? Würde mich mal interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in einem anderen Video. Bis dahin, auf Wien.